Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und da sind sie, unsere beiden Perversen. Und ich habe noch mal ein bisschen nachgedacht, wie unser Großkönig jetzt mit der Situation umgehen könnte. Wir haben ja offenbart, dass er ebenfalls dieser Lust, dieser ominösen Lust folgt, der wir auch folgen. Und jetzt könnte ich mir Folgendes vorstellen. Wir werden das nicht stigmatisieren, sondern das Gegenteil wird passieren. Wir werden sagen, dass wir das Ganze verzeihen bzw. begnadigen ihn. Und wenn wir das tun, bedeutet das ja implizit, dass die ganze Sache nicht so schlimm ist. Dadurch entlasten wir uns auch in gewisser Weise selber. Ich finde, das ist ein ganz guter Weg. Also er wird begnadigt. Das heißt, es gibt auch keinen Einkerkungsgrund oder Aberkennungsgrund. Den benötigen wir auch nicht. Und gleichzeitig werden wir mal Folgendes machen. Wir werden ihn beeinflussen, also uns mit ihm. Leider ist es keine Freundschaft, die da entsteht, aber ich mache es jetzt einfach mal. Vielleicht passiert da noch ein bisschen Interaktion, auch wenn wir schon beim Maximum der Beziehungen angekommen sind. Mal gucken, was da noch bei rumkommt zwischen den beiden. Vielleicht vertragen sie sich, also sie vertragen sich ganz offensichtlich, wenn wir die Beziehung sich anschauen. Aber vielleicht praktizieren sie ja ihre Lust jetzt auch gemeinsam oder erzählen sich zumindest davon. So, dann noch ein paar Kleinigkeiten. Zum einen habe ich gesehen, dass unser Ratsmitglied hier wieder Gemeindekontrolle ausüben kann. Ich glaube, er wurde wegen des Bauernaufstandes dort abgezogen. Wir werden ihn mal jetzt hier nach Tschasslau bringen, weil dort sind die Silberminen, die wir gerade ausbauen. Wäre blöd, wenn wir davon nicht maximale Einnahmen haben. Dann haben wir erfahren, dass unsere Tochter ja auch hier alt genug ist. Das heißt, wir müssen auch erst mal würfeln, in welche Richtung sie sich entwickeln wird. Dann machen wir das. Ich würfle eine 4. Das heißt, 1, 2, 3, 4 geht in Richtung Kriegskunst, sozusagen ihre Anlagen. Aber als Erzieherin werde ich, denke ich, doch ihre Mutter wählen, die ja auch überaus talentiert ist in vielen Fragen. Ich denke, das passt ganz gut. So, dann wäre die Sache auch geklärt. Und dann würde ich sagen, ich habe das bisher nicht gemacht, weil immer Kriege gelaufen sind. Aber eigentlich ist das unabhängig davon, denn unser König ist ja gar nicht auf dem Krieg. Er ist ja weiter in der Hauptstadt, organisiert dort die Dinge aus der Ferne. Und ich denke durchaus, dass er das tut, was einem Adligen gut zu Gesicht steht, nämlich das Privileg der Jagd nutzen. Und ich denke, das machen wir jetzt mal. Das führt nämlich auch zur Entspannung. Das ist für ihn durchaus auch eine wichtige Sache. Also, dann hat sich auch dadurch unsere Anspannungsstufe verringert. Die Jagd wird gleich beginnen. Und hinzu kommt noch, dass wir verdammt viel Geld in der Schatzkammer haben. Und ich denke, jetzt sind wir soweit, dass wir auf maximale Größe unsere Kriegsvölker ausbauen können. Ja, und das ist nochmal ein erheblicher Zuwachs. Ich weiß nicht, bei jedem sind es jetzt nochmal 300 mehr. Das heißt, schätzungsweise 2.000 Mann mehr. Vermutlich haben wir dann so ein Kriegsvolk in Größe von 12.000. Vielleicht sogar etwas mehr. Das ist schon beeindruckend. Wir sind bei 2.800. Ich denke, wir können noch etwas mehr investieren. Und zwar nochmal in Domänen. Hier bei uns werden wir, na, die Lustschlösser sind schon auf Maximum, werden wir hier mal weiter ausbauen. Eine zweite Schutzmauer. Auch das bringt noch ein bisschen Steuereinnahmen. Sehr schön. In Jungbunzlau, denke ich mal, werden wir die Burg auf Stufe 3 bringen. Kostet uns auch schon wieder 700. Ja, und das lassen wir erstmal. Wir machen das nach und nach jetzt weiter. Wir haben jetzt einen Krieg zu führen. Und zwar ein Krieg gegen Thessaloniki. Ja, und der ist ein bisschen schwierig, weil wir den Kriegstand so nicht hoch bekommen. Ich habe ja folgendes überlegt. Wir werden jetzt mit dieser Belagungsarmee tatsächlich hier runter uns bewegen. Und ich bin gespannt. Ah, wie wird der? Okay. Ah, okay. Wir gehen... Ah, alles klar. Wir gehen hier auf den Fluss. Das ist ja überaus praktisch. Das kann man machen. Wir haben hier leichte Verluste. Das würde gehen. Die Frage ist natürlich, diese eine Armee genügt nicht. Ich würde sagen, zumindest die Ordensretter werden wir hier noch mitschicken. Wir werden die Bauern nach Hause schicken. Aber die Ordensretter, die will ich gerne auch da unten hin haben. Müssen wir aber gleich nochmal den Befehlshaber zuordnen. Und die Frage ist, wie würde der denn dort unten hin kommen, wenn man ihn jetzt dorthin schicken würde? Auf demselben Weg. Ah, nee. Nicht ganz auf demselben Weg. Okay, da nimmt er diesen Fluss. Ja, ich würde sagen, wir machen das. Aber wir werden noch nicht direkt an Land gehen. Wir werden erst mal die Dinge hier eruieren, wenn wir dort angekommen sind. Gut. Okay. Dann machen wir das mal weiter. Ach so, und die Armee geht jetzt doch noch zumindest auf diese Burg. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen was. Ein Dynastienmitglied wird angegriffen. Graf Wlodislav von Heidmörg. Ach Gott. Ja, zwei Grafen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so entscheidend. So, Vorsicht Hirsch. Gerade als meine Vassalim-Bürgermeisterin Vasslava und ich an Hügel erklimmen, hören wir es. Das Knacken von Ästen. Das Rascheln im Unterholz. Vögel, die verängstigt zwitschern. Dies sind die Herolde, die sein Kommen verkünden. Ein mächtiges Exemplar der Gattung Hirsch kommt direkt auf uns zu. Zu. Uiuiui. Wir können unser Kampfgeschick beweisen. Oder wir könnten Hilfe rufen gegenüber Vasslava. Das können wir nicht machen. Letzteres. Das ist undenkbar. Der Weg des Tieres endet hier vor mir, werden wir sagen. Und wir bekommen ein Jagdtrophäe. Hätte auch verletzt werden können. Aber er hat sich hervorgetan. Die Jagdtrophäe bringt doch mal Prestige ein. Sehr, sehr gut. Gemeindekorruption in Schasslaus-Schmugglerring verloren. Hervorragend. Sehr gut. Hat das ja schon was genutzt. Wir kehren gestärkt zurück. Er hat noch ein bisschen Prestige. Soweit, so gut. Sehen wir hier mal Feinde. Ne, das sind andere Truppen. Oh, Jakusch ist verstorben. Das ist relevant. Der König von Dänemark mit 47. Woran ist er denn verstorben? An einem Krampfanfall. Ja, der besessen. Vernarbt war er. Eine schwierige Persönlichkeit. Wir konnten ihn nicht richtig leiden. Nun ist er gestorben. Und wer? Wer ist jetzt sein Nachfolger geworden? Wladyslaw Zvietscher. Sein ältester Sohn, der verheiratet ist mit Wladyslava. Wladyslava wiederum. Ah ja, alles klar. Das ist unsere Schwester. Ja, das ist ja wunderbar. Damit ist ein Bündnis automatisch geschmiedet. Mit dem, denke ich, können wir gut umgehen. Der ist maßvoll, schüchtern, tapfer. Ich denke, ein guter Vasall und König von Dänemark. Auch wenn diese Situation mir immer noch nicht hundertprozentig gefällt. Aber nach wie vor ist das zu viel, was wir dort wegnehmen würden, wenn wir da umdisponieren sollten. So, noch sehen wir immer nicht. Okay, was passiert hier noch? Ach, euer Dynastiemitglied greift ein. Herzog und Cornelia von Kurland. Greift König Kamil von... Okay, ein Befreiungskrieg. Cornelia von Kurland. Okay, da geht es wie immer um die Lehnsautorität des Ganzen. In dem Königreich. Aber auch da mischen wir uns nicht ein. Und da sind wir in die Schiffe gegangen. Jetzt geht es relativ schnell. Und die nächste Belagerung ist beendet. Damit sind wir bei 66%. Wir gucken nochmal, ob wir irgendwas übersehen haben, was wir vielleicht noch belagern könnten. Ja, da drüben. Das da oben haben wir schon belagert. Wollen wir den auch irgendwo hinschüppern? Ich meinte, wir könnten hier einfach mal belagern. Denn ich glaube nicht, dass dort Gegnereinheiten sind. Wobei die Hauptstadt natürlich von besonderer Bedeutung ist. Wo fand dieser Krieg statt? Dort in Wolodgar auch nicht ganz entscheidend. So, was sehen wir hier? Wir sehen hier 5000 gegnerische Soldaten, die dort belagern. Okay. Möglicherweise ist hier der Weg frei für eine Belagerung der Hauptstadt. Und Kaiser Faruin hat einen Krieg gewonnen gegen Tirol. Es geht um Passau, der Kaiser von Italien. Und eine Fraktion. Ja, natürlich wieder die polarischen katholischen Populisten sind wieder da. Es werden jetzt regelmäßig ähnliche Aufstände kommen. Wo haben wir inzwischen unsere anderen Truppen? Die sind erst hier. Das dauert also ein bisschen. Deswegen die große Frage, können wir uns jetzt hier an Land wagen? Wir können doch erst mal hier hingehen und mal diese Festung angehen. Mal schauen. Okay, Altinge haben wir entdeckt. Die Fraktion hat sich aufgelöst. Gibt es eigentlich irgendwas, was wir noch nicht entdeckt haben? Oder sind wir jetzt komplett durch? Ja. Es sieht ganz so aus. Altinge hat jetzt nochmal gebracht. Achso, Stammesversalenmeinung. Das ist nicht mehr von Bedeutung. So. Wir könnten jetzt auch weitergehen und die Sache sofort beenden. Verlieren allerdings wie viele Männer? 435. Ist es das wert? Ich denke, dass es es ist wert. Ich rechne hier nicht mehr großartig mit gegnerischen Truppen. Deswegen können wir uns das erlauben. Wenn die Belagung durch ist, dann ist nämlich der Sieg unser. Würde ich mal behaupten. So. Die 8700 landen dann aber trotzdem nochmal dort. Und hier? Die sind noch nicht angekommen. Aber bald. Die sind nur hier, falls tatsächlich jetzt noch eine gegnerische Armee hier landet. Steuerassessoren in Prag gebaut. Sehr schön. Dass wir dann Hilfe erhalten. Aber wir haben es. Die Belagung der Hauptstadt hat es gebracht. Wie erwartet 100% für uns. Ablässe werden unterdessen auch noch angenommen. Und ja, wir setzen unsere Forderung durch. Unsere Forderung nach dem Herzogtum von Kleinpol. So sei es. Hervorragend. Wir werden unsere Truppen auflösen. Wir sind natürlich jetzt wieder enorm über der Schwelle. Wir können aber jetzt, und das ist jetzt der nächste entscheidende Schritt, können aber jetzt meines Wissens das Königreich Polen, das Südbalken Großreich, könnten wir erschaffen. Das machen wir aber nicht. Warum können wir das Königreich Polen nicht erschaffen? Müsste doch eigentlich möglich sein, oder? Wahrscheinlich, weil der Inhaber... Ne, sind die doch Anhaber des Königreiches? Weil die gerade im Krieg sind. Das könnte der Punkt sein. Wir gucken uns das mal an. Wir suchen das mal. Königreich Polen übernehmen. Kann kein Titel von jemandem übernehmen, der euren Glauben für feindselig oder schlimmer hält, solange diese Dejure-Länderei des Titels halten. Ah, okay, alles klar. Das ist das Problem. Und das betrifft diese eine verdammte Grafschaft, die wir jetzt auch leider noch nicht erhalten können, weil wir einen Waffenstillstand haben, den wir nicht brechen werden. Ähm, ja, wie lange läuft der Waffenstillstand denn jetzt? Das sehen wir, glaube ich, bei uns nur, ne? So, das ist... Hier haben wir noch drei weitere. Wir müssen, glaube ich, ganz runtergehen. Genau. Fünf Jahre lang. Bis 1370. Okay, bis dahin müssen wir jetzt ausharren. Beziehungsweise natürlich steht noch ein weiterer Krieg an, nämlich Meeren, den wir sowieso führen müssen. Das wäre der nächste Schritt. Aber erst in fünf Jahren ist der andere Schritt umsetzbar. Okay, gut. Gibt es in der Zwischenzeit was zu tun? Ja, wir müssen jetzt natürlich Domänen loswerden. Und ich hatte gesagt, dass ich eigentlich das Ganze ihm auch hier übergeben möchte. Das Blöde ist natürlich, dass wir jetzt den Titel des Königreichs noch nicht haben. Und das heißt, er selbst kann damit eigentlich überhaupt nichts anfangen. Ideal wäre es, er wäre König von Polen und dann kann er eines der Herzogtümer an einen anderen Vasallen weitergeben. Das geht aber jetzt nicht. Das heißt, wir würden ihm eine zu große Bürde jetzt übergeben, wenn wir ihm drei Herzogtümer geben. Beziehungsweise haben wir den Titel direkt so übernommen? Ja, ne? Herzogtum Böhmen. Herzogtum Mecklenburg. Ne, kann es sein, dass wir den Titel gar nicht haben? Wir haben nur die Grafschaften. Der Titel existiert gar nicht. Kann das sein? Das ist allerdings... Naja, ist das viel besser. Er ist ja auch hier am Limit. Wahrscheinlich wäre es das Beste, wenn wir einfach einen komplett anderen, altgedienten Charakter vielleicht finden. Oder wisst ihr was? Ich habe noch eine bessere Idee. Wir finden noch einen Krutoi, der von Bedeutung ist. Und zwar erinnert ihr euch noch an unsere, natürlich an unsere Hofärztin. Die hat doch genau diese unehelichen Kinder, Jindrich und Branislav. Und die könnten wir doch auch zu Herzögen machen. Die werden dann Vasall des Königs von Polen, also unseres Sohnes. Aber das ist doch durchaus angemessen. Hier wählen wir vielleicht den Talentiertesten aus von diesen beiden. Vielleicht kriegt der andere später noch ein anderes Herzogtum. Also der ist zart und zeugungsunfähig. Minus 50 Prozent. Außerdem faul. Großzügig finden wir auch nicht so gut. Was ist mit dem anderen? Der ist 17. Der ist geduldig, eigenwillig, bescheiden. Ein brillanter Strateger. Berühmter Streiter. Es sieht ziemlich so aus, als ob er der Bessere wäre. Okay, dann machen wir das so. Kann das aber sein, dass wir dieses Herzogtum auch nicht gründen können? Aus den gleichen Gründen? Kleinpolen? Doch, das können wir übernehmen. Okay, da hat der König einfach noch den Titel. Das können wir übernehmen. Sehr gut. Dann machen wir das und geben das der eben genannten Person. mit Branislav Kotoi. Der bekommt also diesen Titel. Inklusive all dieser Grafschaften. Ja, dadurch wird er schon ziemlich, ziemlich mächtig. Aber warum nicht? Ich denke, unser Sohn ist mit zwei Herzogtümern mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar mächtiger. Und wenn er dann König wird, dann herrscht er über ihn und profitiert davon, dass sie auch eng verwandt sind in gewisser Weise. Die werden sich schon gut vertragen. Ich glaube, das können wir machen. Wir werden die Titel so vergeben. So, da haben wir ihn. Einen neuen Herzog Branislav. Branislav. Sieben von sechs. Das heißt, eins kann er noch vergeben. Ja, das ist doch sehr in Ordnung, wie ich finde. Okay. Aber natürlich ist sie an den Hof gezogen. Ihres Sohnes jetzt. Die kriegen wir auch nicht zurück. Ja, weil sie, ach ja, weil sie Erbe ist. Irgendwann könnten wir sie zurückholen, wenn er geheiratet hat und Kinder bekommt. So lange allerdings geht das nicht. So lange müssen wir einen anderen Arzt suchen. Das ist schon nicht ganz unwichtig. Deswegen schauen wir mal, wen wir hier an unserem Hof haben. Ob da jemand Talentiertes dabei ist. Audun ist gescheit. Und Norweger. Aber ansonsten keine so tollen Leute dabei. Geschweige denn irgendwelche Ärzte. Ich würde sagen, wir werden tatsächlich einen Arzt suchen. Scheint mir jetzt das Beste zu sein. Okay. Gibt es hier noch was Neues? Das Königreich Finnland. Da er noch lebt. Er wird, auch wenn wir uns mit ihm anfreunden, diesen Königstitel nicht erhalten. Weil er nicht aus göttlicher Linie stammt. Das geht einfach nicht. Der andere wird das tun. Ah ja, genau. Lösegeld der Gefangenen. Das ist noch ein Thema. Oh, wir haben die Königin von Thessaloniki als Gefangene. Das ist natürlich etwas wert. Aber ich glaube, sie bringt auch viel. Ne, sie bringt gar nichts. Ernsthaft? Dann werden wir sie im Kerker behalten. Ich glaube, ansonsten gibt es jetzt, glaube ich, keinen, für den wir uns groß interessieren. Wir werden alle die Zahlen gehen lassen. Ich will nur mal kurz gucken, habe ich noch jemanden, einen Titelträger übersehen? Ne. Es wird langsam unübersichtlich. So, was erhalten wir? Da ist einmal 100 dabei. 50. Ja, das hat sich schon gelohnt. Das ist schon sehr in Ordnung. Gut. Die Krieger von Perun wurden entlassen. Genau. So, jetzt ist die Frage. Wer wird Rufärztin? Dobroniega ist die bessere. Oh, die ist ja wirklich gut. Angesehene Ärztin ist sie. Ja. Dobroniega ist recht erfahren. Sie kommt zu uns. Okay, da bin ich erstmal beruhigt. Dann haben wir zwei Ablässe. Hier und dort zwei kleinere. Und wir haben einen neuen Vorzug verfügbar. Und zwar den letzten hier. Einen, ja, wir werden Theologe. Das bedeutet, Bildung plus drei nochmal und monatliche Frömmigkeit steigt ebenfalls nochmal an. Hervorragend. So, und jetzt würde ich tatsächlich wechseln von diesem Bereich weg in diesen Bereich, weil als gieriger Mensch, er ist nach wie vorher gierig, glaube ich, ist habgierig. Jetzt die nächste natürliche Wahl, die wir hier treffen können. Wir, jetzt ist die Frage, gehen wir Schwerpunkt Reichtum oder Schwerpunkt Domäne? Domäne bedeutet, wir könnten vielleicht sogar noch eine Grafschaft mehr selbst kontrollieren. Ist das noch bedeutsam, ob elf oder zwölf? Oder sind plus zehn Prozent Einnahmen nicht doch viel besser? Ich würde sagen, ja, wir gehen Schwerpunkt auf Reichtum und machen dann hier weiter, auch wenn das nicht ganz so schnell gehen wird. So, Hufrads sollte aber jetzt eingestellt sein. Die Sache dürfte sich jetzt erledigt haben. Okay, gut. Dann folgt jetzt ohne Umstände, ohne Pause, der nächste Krieg. Wir sind bereit, denke ich. Der nächste Krieg wird gegen Meeren gefochten werden. 15.000 Mann können sie uns entgegenstellen. Und auch hier werde ich das so handhaben. Und ich gucke mal, ob wir schon wieder ausheben können, dass wir... Na, ich glaube ja. Also weiß ich nicht. Könnte sein, dass es ein bisschen verzögert ist, aber es sollte dann noch reichen. Also, dass wir nur unser Kriegsvolk plus die Ordensritter holen. Wie sieht es denn hier aus? Wir sind noch nicht auf Zielstärke, zumindest nur teilweise. Aber deswegen jetzt zu warten, scheint mir auch nicht sinnvoll zu sein. Also, Krieg wird erklärt. Es geht um einen Religionskrieg, um das gesamte Herzogtum von Meeren. So, da sind wir im Krieg. Wir haben tatsächlich hier auch schon den Sammelpunkt. Der ist da gar nicht so schlecht. Wir versetzen ihn aber hier direkt noch einmal hin. Heben hier das gesamte Kriegsvolk aus. Bringen ihn hier noch in die Nachbarschaft. Und holen uns dort die Krieger von Peru ran. Wir werden möglicherweise erstmal eine Schlacht schlagen gegen den Gegnern. Das heißt, wir werden noch nicht unsere Belagerungsleute rausholen. Er ist ein Furtner. Ich gucke mal, wen wir da noch mitnehmen können. Ja, König Jaromir ist endlich wieder im Einsatz. Hervorragend. Während die Krieger von, na los, vom Großmeister angeführt werden. Wir gucken übrigens mal hier nach Norwegen. Ist dieser Krieg eigentlich jetzt schon durch? Das scheint geklappt zu haben. Hervorragend. Er gewinnt weiter an Macht, so wie es aussieht. Wird schon vier Graf schaffen. Das scheint mir stabil zu sein. Das beruhigt mich. Okay. Dann warten wir mal ab. Der Gegner... Oh, der Gegner hat die Tempelritter gerufen. Die Frage ist, brauchen wir noch Bauern oder geht das auch so? Wir werden einiges zusammenbringen können. Er marschiert schon in unsere Richtung. Ja, wie lange brauchen wir hier noch? Fünf Tage. Müssen wir noch Bauern holen? Ich hole mal Sicherheitshalber noch welche rein. Nicht so viele. Wir verschieben das mal hier nach hinten. Und gucken mal, wer da noch dazu kommt. Waffenschlitter mit Schmalkalden läuft aus. Die ehesten könnten wir noch reinholen. Wir werden sehen. Die kommen jetzt mit 23.000. Ja, ja, das könnte knapp werden. 9.000 genügen. Schaut mal, jetzt halten sie schon an. Ja, ich würde mal sagen, das genügt. Wir stoppen das Ganze. Und gehen dann schon mal mit den 9.000 hier rein. Und warten noch die zwei Tage ab. So, sind jetzt... Jetzt ziehen sie komplett weg. Alles klar. Dann ist es, wie es ist. Die Frage ist... Die werden natürlich in unsere Gebiete jetzt laufen. Ich würde gerne erst einmal eine Schlacht schlagen. Hm. Wir müssen ihnen irgendwie den Weg abschneiden, meines Erachtens. Versuchen wir das irgendwie. 25.000 ist nicht ohne. Leere Ratsposten. Was ist denn hier passiert? Ah, Piotr ist gestorben. Der Herzog von Niederschlesien. Okay. Oberschlesien, Niederschlesien. Wer ist denn da jetzt, Herzog? Ja, Chenti. Sein Sohn. Zumindest für diese Aufgabe nicht ganz so stark. Gucken wir mal, wen wir als talentierten Ratsverwalter einsetzen können. Oh, schaut mal. Der neue König von Dänemark ist überaus talentiert in diesem Punkt. Ja, das passt ja hervorragend. Den nehmen wir da gerne rein in den Rat. Einen König haben wir dort immer gerne. So, das scheint hier ganz gut zu funktionieren. Der Gegner zieht tatsächlich weiter in diese Richtung. Ja, da können wir ihn vielleicht stellen. Gucken wir mal. Vielleicht auch lieber dort. Hinter dem Fluss. Ah, die ziehen dann da hin. Das ist natürlich ärgerlich. Oder fangen wir diese 16.000 jetzt irgendwie ab. Das wäre vielleicht auch eine coole Sache. Versuchen wir das lieber. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Die sind im Moment schneller. Also erplanen sie irgendwie. Ah, aber sie ziehen zurück. Hervorragend. Danuta ist verstorben. Na, einer unserer Gefangenen. Und demnächst gibt es wieder einen Aufstand. Der immer größer wird. Wie der polarische Katholiken. So, es sieht so aus, als ob sie uns jetzt doch entgegenkommen. Das wäre gut. Wir bleiben mal einfach hier und warten mal, bis sie nicht mehr zurück können. Das ist aber jetzt schon der Fall. Ja, wir wollen diese Schlacht haben. Unsere Cousine wurde gefangen genommen. Sie kommen jetzt auch nicht mehr weg. Das ist ja sehr, sehr gut gelaufen. Jetzt ziehen sie wieder rein. Hervorragend. 30.000 gegen 8.600. Das müsste eine verheerende Niederlage werden. Die 9.000 ziehen natürlich auch noch mit rein. Janisch und Prinzessin Gaira können heiraten. Janisch von 8.000. Ach, da hatten wir tatsächlich... Ach, eine Schwester hatten wir mit den Esten verbunden. Ja, machen wir. Aber trotzdem werden wir jetzt nicht mehr rückgängig machen. Das geht los. Ausgezeichnet. So, die Schlacht beobachten wir. Branislav wird verstümmelt. Was für ein Branislav ist das? Sehe ich jetzt gerade nicht. So, Mündel profitiert von Unterweisung. Gut. Benachbarte Herrscher verlor Krieg. Kaiser Burchard. Okay, es ging um das Fürstbistum von Mainz. Das Heilige Römische Reich hat da was verloren. Gegen den Oberlutringen. Okay, alles klar. Weiter zur Schlacht. Ich denke mal, die 7.000 werden da auch noch reinmarschieren. Und das Ergebnis ist mehr als eindeutig. Auch wenn jetzt noch Verstärkung reinkommt. Die Strategie scheint mir aufgegangen zu sein. Hervorragend. Der Sieg ist unser. Und zwar ein sehr, sehr deutlicher Sieg. Mit 31%. Wir gucken uns das an. 1.300 gegen 13.000. Besser kann es kaum laufen. Irgendjemand war von uns verletzt worden. Das ist hier der Branislav, den wir zum Herzog von Kleinpol gemacht haben. Ernsthaft? Der kämpft gleich schon mit. Mit Kampfgeschick 8. Obwohl, das hat er jetzt vermutlich wegen der Verletzung. Ohne diese hatte er 10. Naja, okay. Ein bisschen tragisch, wenn er da gleich gestorben wäre. Okay, so. 31% haben wir erreicht. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, diesen Sieg einzufahren. Insofern ist jetzt, denke ich, eher der Moment gekommen, wo wir eine Pause machen. Ja. Wobei, bei unserer schnellen Belagerungsfähigkeit, wir können noch ein bisschen weitermachen. Vielleicht geht das ja doch relativ zügig. Wir machen mal folgendes. Wir nehmen die Ordensritter, nehmen wir mal hier einfach zur Seite. Ah, nee. Stopp. Da wird ja die ganze Armee gezogen. Mit Steuerung muss ich das wählen. Die nehmen wir zur Seite. So, die anderen, die Bauern, die nehmen wir auch mal hier hinten hin. Und diese Hauptarmee, die werden wir... Halt. Diese dort. Genau. Die werden wir teilen und dann wiederum so aufteilen, dass das mit den Bombarden hinpasst. Wo ist jetzt der andere Kram? Da sind die Bombarden, genau. Die nehmen wir doch raus. Schicken sie dorthin mit. Jetzt wird es langsam knifflig und unübersichtlich. Die da hinten will ich erwischen. So. Und die schicken wir dorthin. Und dann können die Belagerungen losgehen. Ablass kommt auch noch rein. So, das heißt, die können wir jetzt zusammenfassen, diese Armee. Hat die jetzt eigentlich schon einen Anführer? Ja, ach so. König Jaromiel selbst. Gut, dann bleibt er. Wir haben ja, glaube ich, eh nur einen Belagerer. Ich check mal. Vielleicht hat sich da in der Hinsicht nochmal wieder was Neues getan. Ah, Ranwald ist ein Gast. Oh, wisst ihr was? Den rekrutieren wir mal und den machen wir hier zum Belagerer. Und ich glaube, er tritt hier zurück. Für ihn hier. Wer nimmt dann, falls er zu den Kämpfen kommt, hier vielleicht. Oder er nimmt diese Armee. So. Mal schauen, wie schnell wir das hinbekommen mit den Belagerern. Da geht's relativ zügig. Die Burg dort hinten, die ist natürlich mächtiger. Der nächste Ablass trudelte auch rein. Oh, der Gegner belagert hier hinten. Aber ich denke, das ist jetzt gar nicht mehr so entscheidend. Wir werden jetzt unsere Belagerung einfach durchziehen. Beziehungsweise unsere Truppen mal hier so in Stellung bringen. Um im Falle eines Falles dort hinten noch agieren zu können. Russische, slowianskanische Populisten sind gekommen. So, die nächste Burg haben wir. Dann gehen wir in Richtung Hauptstadt. 46 Prozent. Wenn wir die haben plus die Hauptstadt, könnte es direkt schon reichen. Ratsmarschall verdient Respekt. Sehr gut. Volksmeinung plus 50. Super. Wir sind bei 54 Prozent. Gehen dann hier noch runter. Was macht der Gegner? Ja, er belagert dort weiter. Aber wir sind überaus viel schneller als er. Sollte funktionieren. Ablässe erbitten. Wenn gut nach Horror haben wir das Bergwerk gebaut. Gott sei Dank belagert er das jetzt nicht gerade. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Wir können auch mal weiter in seine Richtung ziehen hier. Vielleicht macht ihn das nervös. Während wir abwarten, bis die Hauptstadt in unserer Hand ist. Ja, ja, ja. Er kommt dort jetzt zusammen. Das erhöht natürlich vermutlich die Belagerungsgeschwindigkeit. Oh, was ist hier los? Das Herzog Derwan von Holstein greift Kaiser Burkhardt an. Es geht um Religionsgegrafschaft von Oldenburg. Ähm, da oben, ne? Mhm. Ah, ob er sich da nicht übernommen hat? 6.000 gegen 4.000. Ah, okay. Der Kaiser hat nicht mehr viel drauf. Wir könnten hier tatsächlich sogar angreifen. Wir sind, glaube ich, stark genug. Wir bringen mal die Bauern noch hier hin. Wir haben 18.000. Könnte reichen mit unserem starken Anführer. Würden wir hier reinlaufen können? Ja, könnten wir. Die Frage ist, ob das nötig ist. Ja, das ist vielleicht nötig, weil die ganze Sache sind 30 Tage belagert. Das wäre unschön. Ich würde sagen, wir machen das noch. Wir ziehen dort rein mit beiden Armeen. Hm, gleich hier schlachten. Na, mal sehen. So. Die Bauern sind eher da. Das ist ein bisschen ungünstig. Das habe ich nicht gut getimt, weil hier zählt tatsächlich der Anführer, der eher da ist. Und das ist jetzt nur der 21er. Das ist doof. Ist ja in jedem Paradox-Spiel gefühlt anders. Aber wir haben gleich die Hauptstadt, Leute. Vielleicht bevor die Schlacht sogar geschlagen ist. Wir gehen aber auf die Schlacht. Die gewinnen wir trotzdem. Hervorragend. Sehr schön. Nächster Ablass ist in unserer Hand. Was ist zuerst durch? Die Schlacht oder die Belagerung der Hauptstadt? Ja, die Belagerung der Hauptstadt. Das heißt, die Schlacht muss nicht mehr zu Ende gefochten werden. Aber wir können es machen, weil es ist eine siegreiche Schlacht. Warum diese jetzt abbrechen? Der Sieg ist unser. Ein souveräner Sieg. Und damit können wir diesen Krieg beenden. Zu unseren Gunsten. So sei es. Okay. Auch das ist im Erfolg geendet. Wir haben diverse Gefangene gemacht. Herzog Branimir ist beeinflusst. Aber das wird leider jetzt nicht zu einer Freundschaft führen. Wir beenden das Ganze jetzt. Mal gucken, ob dort noch was passiert. Ansonsten sind wir dem Ziel jetzt ein großes Stück in Nähe gekommen und müssen allerdings jetzt noch vier Jahre warten, ehe wir dann um diese Grafschaft streiten können. Tja, ist die Frage, ob wir den Kampf um das Königreich Ungarn, wie von mir geplant, ob wir diesen Kampf nicht vorziehen wollen. Möglich wäre er jetzt. Religionskrieg und das gesamte Königreich. Das wäre das, was wir erhalten würden. 750, da fehlt uns im Übrigen auch noch ein bisschen Frömmigkeit, um das durchzuziehen. Interessant. Ich würde sagen, diese Entscheidung wird dann am Beginn der nächsten Staffel getroffen. Bis dahin verabschiede ich mich. Macht's gut, euer Steinballen. Ich würde sagen, diese Entscheidung wird dann am Beginn der nächsten Staffel getroffen.